Das Autohaus hat das Sponsoring dieser 1. Strasbourg 4. Klasse übernommen. Das Autohaus Fischer ist ein Partner der Norden West. Der Fahrzeugpark in Bezug auf die Marke Ford stammt also auslässlich vom Autohaus Fischer Münster. Herzlichen Dank für die Übernahme der Geldpreise. Dann, meine Damen und Herren, Sie sehen einen neuen Preisrichter hier im Ring. Das ist Herr Marco Bartke, den ich Ihnen kurz vorstellen darf. Herr Marco Bartke ist 38 Jahre alt. Er stammt aus Eppendorf in Sachsen. Und wie gesagt, er übernimmt bei der ROW-Show 13 ebenfalls das Amt des Preisrichters. Der Betrieb des Herrn Bartke ist im Landkreis Mittelsachsen gelegen. Das ist die Bahn Bartke-Holsteins-GWR mit einer Fläche von 2.